Warum helfen Sie mir? Sein Titanantil findet, werden noch mehr Menschen sterben. Nicht eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Rute folgen. Da ist doch was faul. Hier liegt einer in Stase? Okay. Oder ne, wie heißt das? Telekinese, so. Ne, deaktivieren. So, reißen wir einfach mal alles raus, genau. Genau. Und bauen sie ja nur uns ein. Hm. Na wenigstens was hier, ne? Ziel und drücke... Ziel und drücke F, um los Objekte zu packen. Alles klar. Ah, da kommt ein erstes Monster. Und ich glaub ich schon was, was ich machen muss. Ja, du musst so Dinge aufs... aufs werfen. Genagelt! Wuhu! Und noch einen genagelt. Ich nehm jetzt einfach mal einen mit. Zur Vorsicht. Uh, du siehst aber... Nein. Jöööö. Okay. Wo muss ich lang? So wie es aussieht nach der... Gott, das ist hier viel Blut, ey. Marco? Jo. Hast du auch Doom, Doom 3 gespielt? Oder mal gesehen? Ähm... Nein, denk ich nicht. Ich hab das Spiel damals bekommen. Okay. Da war ich, glaub ich... Ähm... nach der Space hab ich sein gespielt. Aber... Ich hab... Ich hab so ne Angst davor gehabt. So was hatte ich auch. Aber bei... Playstation einspielen. Nein, 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 nein! Boah! Ähm, Blade war das Spiel. Genau, Blade hieß das. Gänze Blade? Ja. Ja, auf BZ1 hab ich mich nicht getraut damals. Äh... So. Miep! 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 Halalala... Ähääääääääääääääää! No, you are fresh, fresh mountain. Äh, ähm. Stirb. Okay. So, was sollte ich machen? Ach, sehr. Okay. Äh, ne. Falsch. Ah. 800 Quedits. Alles klar. Du hast 500 Quedits. Alles klar. Nahkampf! Gut, spritzgedärme fliegen. Ja, schön, wie deine Evakuierung wird durchgeführt. Oh Gott, da schreit einer um Hilfe. Oh Gott, was ist das denn? Ähm. Ähm. Äh. Nein, ich helfe dir nicht. Oh Gott. Da f- Hallo. Da zappelt einer auf der Trake rum. Okay. Ähm. Ich glaube, ich muss ihn irgendwie töten. Dann muss ich den Typen... Hallo. Huh. Ja, du siehst ja aber lecker aus. Hi, ich bin da. Und was willst du jetzt von mir? Er will dich essen. Nein. Nee, er will mich nicht essen. Ich will, dass ich nicht helfe. Okay, Cutter. Oh Gott, da kommt so ein Mistvieh! Ach du Scheiße! Ja. Ja. Oh, Arm raus, Bein raus! Yeah! Und Kopf ab! Hallo! Ähm. So, das Blech haben wir mit ihm auch gemacht. Ah, da kommt noch einer. Hallo! Und tot. Ah, Panikverfall. Guten Tag. Noch irgendjemand hier, der jemand aufs Maul will? Ich, ich, äh, ach so. Nein. Ich, ich, ich will aufs Maul! Oh. Ja, geh auf. Danke. Mehr Plasma-Munition. Ja, also ich könnte auch mal versuchen, das Spiel nur mit dem Plasma-Kar durchzuspielen. Stirb! Ja. Noch mehr Munition. Hier liegt auch noch ein Muni. Ich suche alles, 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 was Munition ist zusammen. Und immer schön die Leichen-Shenten. Da kriegst du noch mehr Munition für. Kinder, nicht vergessen, immer Leichen-Shenten, da krieg ich noch Munition für. Hi. Kopf ab. Dana hier. Die Kreaturen kann man nur aufhalten, wenn man sie zerstückelt. Ich weiß. Ich muss darin Übung. Ah. Ja, du, ja, du musst ja halt hier auf die Gliedmaßen schießen, ne? Ich weiß. Ich hab jetzt bis eins gespielt. Ja, schön. Dann mach das gleich in zwei auch. Ich üb schon mal. Oh, ich hab einen Torso aufgenommen. Und... Pum. Okay. Speicherplatz mal wieder. So, und hier mach ich einen kleinen Cut. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Auch mit Markus auch wieder dabei. Troll. So, wir bestätigen jetzt einfach mal schnell. Ja, überschreiben. Und es geht weiter mit Dead Space 2. Biatchi. Ja, Biatchi. Guten Tag. Ich bin die Putze. Ja, genau. Läuft an den Monstern vorbei. Ich putze hier nur. Schön gut, doch. Nicht einfach ignorieren. Ich putze hier nur. Hä? Oh, ein Aquarium. Ohne Fischies. Und da liegt ein Teddybär. Wie toll. Dir, den schenke ich jetzt so ein behindertes Viech. Und hier liegt ein Kopf. Wie toll. Der Kopf guckt mich an. Fußball! Fang! Oh! Oh, Alter! Müsst ihr mich so erschrecken, ihr Wichser! Ja, da kommt doch was. Wow, da kommt noch eins! Panik! Marco? Ja? Ich hab Angst! Hast du gestorben? Nein. Zum Glück noch nicht. Tod. Also, okay. Ja, dann warst du so Angst? Ich mein, sind, sind nur Aliens? Das ist, naja, Mass Effect macht Werbung auf YouTube, okay. Sauber. Ja, das werde ich auch noch nicht playen. Und zwar mit dir. Wir machen ein Let's Play Together Multiplayer von Mass Effect. Ähm. Hä? Wir machen ein Let's Play Together Multiplayer von Mass Effect. Die Multiplayer kann man doch nicht durchspinnen. Obwohl doch! Wir könnten so jeden Charakter so... Bis Level 100? Drei Jahre? Drei Jahre später? Soll es so viel Level geben? Ich weiß gar nicht. Hm. Hm. Das wäre so immer nach ein paar Löffeln so immer wenn es wichtig ist, oder so. Das wäre doch eigentlich was. Also. Hätte ich gedacht so. Hm. Oh, hier sind Blumen und hier sind Blutkatheter. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, ja. Tch. Immer auf jeden... Auf jeder Leiche einmal rauftreten, damit wir auch die Gewissheit haben, dass da nicht noch was rauskommt. Ja, rauskommen kann ja immer was. Es soll bloß nicht am Leben bleiben. Jaja. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wir lieb von dir. Es blühen rote Rosen. Ja, deutsche Musik FTV, oder was? Entschuldigung. Entschuldigung. Lass uns aufstehen, aufwählen uns. Miteinander reden. Nein. Voneinander lernen, miteinander umzugehen. Achso. Ahja. Das ist lustig, wa? Wer sind uns her? 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 Ähm... Eigentlich gibt's nur Aliens, soweit ich weiß. Also Aliens und äh... Ja, genau. Aliens. Oder von Menschen verseuchte Bakterien. Umgekehrt. Bakterien. Irgendwie sowas. Er sieht noch der Aliens, oder? Es war doch irgendwie so eine solche, oder sowas. Hilfe nicht. Gut. Mal sehen, wie man hier ohne mich kommt. Scheiße Gott, jetzt geht's aber los hier. Ähm... Wo denn, wo denn, wo denn? Da, 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 da! Da, 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 da! Woof! Woof! Dana? Dana! Okay, ich hab schon überlebt. Wer ist Tide Man? Oh, Energieknoten, die gibt es da auch noch. Also, die Putzfrau hat hier doch einiges dann zu tun, danach. Polnische Putztusten. Nach dir oder nach den Aliens? Nach allem. Also, nach dir als Alien, oder was? Ja. So oder so ähnlich. Assistenzart, Kiefer Shanks, Bay01 offline, B02 belicht, B03 belicht, B04 verlegen. Derzeit keine Aufnahme. Du hast was falsch ausgesprochen, das heißt B04, das heißt Bier. Bay. B-A-Y. Ach, Bay. Bucht, sag ich doch. Oh, jetzt muss ich hacken, glaub ich. Au! Ja, du musst die blauen Dinge erwischen, Juno. Okay, hab ich. Dreimal. Okay, hab ich. Und was kommt? Okay. Ja, alle. Untertitelung des ZDF, 2020